okay ist nix dann gehe ich wieder zurück wieder zurück und checke mal die anderen gänge vielleicht gibt es ja noch paar kisten noch mehr sattel weil man kann ja die pferde fortpflanzen und so dann kann man sich so eine pferde annehmen machen schade dass die pferde einfach keinen damage haben das ist doof sonst könnten sie ja wie hunde irgendwie so sein nur als schlauer weil fersen schlauer als hunde sollten schlauer sein so okay boah das ist wieder eine lohe mein bloß nicht stirb ja ja die lohe hat gemeint oh da ist eine kiste da muss ich rüber warum ich denn da so easy rüber ich weiß gar nicht rüber bauen habe ich jetzt keine los bestimmt kommt man da irgendwie hin ohne sich rüber zu bauen vielleicht von hier ja doch von hier sollte man rüber kommen boah sieht so alles riesig aus nee kommt man doch nicht rüber nee vielleicht wenn ich das hier so jetzt abbaue kommt man da rüber komm her zeig dich stell dich deinem tod naja ich sollte zu der zu rennen oder zu der rennen wo jetzt hier wieder so mega mega dicker slime boah von wo von oben sind überall die feinde sind überall oh ich komm so hoch komm her slime komm stell dich deinem tod fuck jetzt bin ich am rennen ich muss was essen ich hoffe ich werde jetzt nicht sterben okay vom normalen brennen stört man nicht aber von der lava boah slime verpiss dich ach ich hab denk ich keine rüstung doch hab ich hab mir die denk ich gecraftet beziehungsweise alles okay okay kommt der slimies gibt mir magma cream oder wie das heißt magma cream ja ja so jetzt geht's wieder hoch jump 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 oh und da ist wieder so ein loon spawner ohne ende diese loon spawner da war ein normales gelät die verteidigen hier so heavy die burg das ausleuchten bringt eigentlich nix die ganze loon spawner uah fast getroffen ich höre einen gast der hier mich besuchen will okay na zum skelett gehen nee keine lust ich geh mal hier rüber jump 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 oh da hab ich einen gast gesehen links da ist er doch ok ok dort ist dort ist etwas oder sollte was sein und hier weiß ich nicht da ist nix das heißt ich gehe hier hin hallo gast ich hoffe du siehst mich nicht nein er hat mich gesehen das war klar nein nein verpasst euch alle alle allesamt los ganz gechillt ok hallo skelett ne komm ah ne vielleicht geht es da rein tschüss skelett 3 hits brauche ich für so ein skelett das hat aber viel leben und das diamantischwert geht auch richtig langsam zu ende aber ich habe hier ein paar diamanten gefunden also falls das ist kann ich mir ein neues diamantischwert geraten also damit sollte es keine probleme geben und holz habe ich auch dabei 60 sollte auch reichen vollkommen wow lass mich in ruhe puh ich bin in sicherheit ok die treffen gar nicht die lohn die sind so untreffsicher das ist richtig gut ja ja das ist richtig gut ok also ich denke hier rüber kommt man nicht man muss sich rüber bauen äh ja das ist hier so eine verarsche ja ja ich kann doch so verarschen und spielen so damit man da so runterjumpt oh oh das skelett kommt hallo skeletti wow ich kann mich fast runter scheiße das kann mich runterschubsen deswegen knall ich es mal ab weil wenn ich hier runterjumpe und da runterfalle dann bin ich tot automatisch so ok gesichert oh ein paar pfeile das ist gut ich könnte ein paar pfeile gebrauchen vielleicht gibt es oben etwas auf dem turm nein oder ne doch 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 ich kann ok da geht es lang ich gehe mal hier kurz runter vielleicht habe ich was übersehen äh da sieht es nach nichts aus ich gehe mal hier hoch ich gehe mal hoch und check mal da oben die location wo das skelett war und äh renne mal nach dort drüben und check mal was es dort gibt warum sagt dort gibt es etwas ja es geht nach rechts und links das ist gut naja da ist aber nichts und da ist ein Lohnspawner boah wie bald ist ein Lohnspawner wieso nicht mal so ein Magma Slime Spawner das wäre cooler die sind nicht so gefährlich wie die ganzen Lohnen die Lohnen schießen die Schießer sind ja gefährlich auch wenn sie nicht so viel Leben haben die ganzen Schießer sind sie gefährlich ja weil die halt von der Entfernung einen treffen können und ja mit dem Bogen hier umzugehen Minecraft ist ein bisschen hakelig und man kann auch nicht so schnell schießen ich gehe mal da wo ich noch nicht war und check mal dort die location boah hier überall Lohn ich muss die ganze Zeit rennen hier voll gefährlich wow ich werde nicht getroffen oh gechillt okay die sehen mich nicht was gibt es hier unten da gibt es Lava toll ach da rüber kann man okay will ich aber jetzt nicht komm her Loh komm her stell dich dann tot wenn man die schlägt dann hören sie auf zu schießen das ist gut wo wer wer schießt auf mich keine Ahnung bestimmt von unten irgendwo da oben war ich okay ich muss schon links boah so ne so ne Musik voll unpassend finde ich was nein ich hab die Pigments gar nicht verletzt ach der Pigment tötet die Lohe jetzt okay das ist gut nein der hat mich getroffen nein ich bin jetzt zum sterben nein ich muss das heißen ich muss unbedingt was heißen schneller schneller ist 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 hab ich gesagt los nein okay aufgehört aufgehört das sterben stopp Loh hör auf zu schießen okay war ich bei dieser Kiste schon ich denke schon ich denke diese Kiste habe ich schon ausgebeutet ja habe ich weil da ist jetzt nur noch die Diamantristen die hat sofort mitgenommen oh hier sind wieder diese Nassar Warzen bauen wir hier ein paar ab warum kriegt immer so viel in der Sarwarzen wenn man die abbaut bald ein weiterer Stack voll hier kommt man nirgends hin ich muss da gleich hoch okay jetzt das Stack voll oh hier in der Hölle kriegt man auch so viele Items hab ich gar nicht erwartet okay dann geh ich mal runter ja da will ich nicht hin darunter das bringt mir nix aber ich geh mal hier runter ich weiß boah ich hab mich jetzt verlaufen ein bisschen oh hier ist eine Kiste hier habe ich aber noch nicht eingesammelt oh 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 das ist gut noch ein Sattel ich hab ein Steinschwert wieso das denn ähm Goldrüstung für Pferde das ist sehr gut vielleicht lege ich den Seelensand raus ich denke das ist normaler Seelensand ach komm den lege ich mal raus das ist kein spezieller ja und danach brauche ich noch den Sattel hier ähm nam 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 nem nam 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 Feuerzeug könnte ich schon brauchen hm nam 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 ich leg mal das Haus okay so neuen Sattel boah ich will die Sattel die ich schon habe ohne Ende ohne Ende ja ja oh oh weg hier weg hier da war ich ja schon nein da war ich noch nicht oder so keine Ahnung ich gebe mir hier rüber Darüber muss ich Darüber muss ich Wie komme ich darüber Ich muss da einmal runter Und vielleicht kommt man da auch hin Ganz easy Mal checken Da war ich denke ich schon Dort drüben Ach hier kann man ja runter Da ist gut Von hier kommt man auch dorthin Oder Ich checke es ab Ich checke es ab Das erwarteten Hallo Okay Ich hoffe ich komme jetzt zur Kiste Zu der einen da Da ist noch eine Kiste Okay Okay dann gehe ich mal dort rüber zur Luhe Ah stirb So oh shit Okay bloß nicht runterfallen Wieder eine Gold Pferderüstung Also sie sind besser als Eisen Aber schlechter als Diamant Und Diamantrüstung habe ich noch nicht für Pferde Das ist doof Okay was kann ich rauslegen Komm ich lege meinen Bruchstein raus Leider Das musste sein Bruchi Ja ja Okay dann geht es mal nach da Okay dann geht es mal nach da Und dann geht es runter Wo ich auch hier herkomme Dann gehe ich mal hinter die Wartzen hier Und dann gibt es noch eine Kiste Cool 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 Okay Boah noch mehr Goldrüstung Ich höre Skelette Ja ich muss das rauslegen Unbedingt Schau dass man sie nicht tapeln kann Scheiße ich denke ich kann nicht alle einfach mitnehmen Ne ich muss das Obsidian rauslegen Schade Ich habe mir gedacht Ich finde nur ein bisschen Obsidian Und baue mir dann so ein Portal hier raus Aber das geht leider nicht Boah ich finde ich auch hier Pferderüstung habe Alles Die nehmen meinen ganzen Inventarplatz ein Kommt ja Die Axt lege ich auch mal raus Die brauche ich gar nicht Gerade Hier gibt es nichts Was man mit der Axt abbauen kann Und wenn dann baue ich es mit der Hand ab Okay Ja Dann geht es wieder zurück Da ist dort nichts mehr Tolles gibt Aber ich komme trotzdem noch nicht zu der Kiste Zu der einen Kiste Da war ich denn da drüben Boah Hallo Das ist ein Skelett Ich war denke ich noch nicht da Oh 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 Boah Hallo Stirb Giste Oh Sattel Wer Oh oh Wie denn Die schießt gleich Ich weiß Diamanten Boah wie viele Puh Schon 10 Stück Ganz mal so schlecht Okay Jetzt muss ich was rauslegen Wieder Sattel und Diamant Rüstung Komm ich lege auch mal das Feuerzeug raus Sattel rein Und was noch Magma Cream Würde ich jetzt nicht rauslegen Weil das ist wertvoll Ähm Ja den Heiltrank Will ich auch nicht rauslegen Falls ich irgendwie ein Lava falle oder so Damit ich mich schnell hochziehen kann Eventuell Spitzeacke brauche ich Schaufel Brauche ich die Schaufel Hm Lass ich mal Könnte ich noch gebrauchen Bogen darf ich auf keinen Fall rauslegen Ich kann nichts mehr raus Ne komm Die Wacken lege ich auch raus Weil die brauche ich gar nicht Die bringen hier gar nicht In der Hölle Irgendwie Weil hier alles eh voll hell ist Okay 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 Alles sicher Alles sicher Oder weiter Ah doch Da geht es nicht weiter Okay Ich meine hier Tudalua Tudalua Hier Hallo mein Kumpel Tod bist du mein Kumpel Hier geht es runter Ach hier ist der Eingang Oh Hier ist der Eingang Okay Ist ja mal sehr fein Und hier komme ich denke ich gerade her Oder 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 Ja Da komme ich gerade her Das heißt Ich muss jetzt hier nach hinten Nach oben Wo ich hiermit schieße auf mich Die ganze Zeit Sehr komisch Sehr sehr Oh Ja Zwei Drogen Hört auf zu schießen Hört auf mich hier abzufackeln So Herr damit Herr mit euren Items Hier war ich denke ich schon Die Kiste habe ich schon abgesagt Okay Der war coole Da war ich denke ich Noch nicht Ich weiß gar nicht Weil hier verläuft man Ich denke das war es auch hier eigentlich alles Die Kiste habe ich denke ich schon abgesagt Mal checken Nein habe ich noch nicht Ah doch habe ich Doch War ich schon Okay hier war ich auch schon Dann gehe ich mal wieder zurück Gem 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 Boah man wird ja auch mega schnell hungrig Ja weil ich die ganze Rennen und Jumpe Weil das ist weil man sich so schnell fortbewegt Aber ich habe noch ganz wenig Essen Naja was weiß ich ganz wenig Ja was weiß ich ganz wenig wenn ich 47 ist ganz so wenig Stopp Ich will noch zu der einen Kiste da Hier war ich denke ich schon Die Kiste habe ich denke ich schon abgesagt Ja War ich da drüben schon Ich denke ja Aber ich weiß gar nicht genau Mal hoch Oh Da ist hier Also hier war ich schon Da ist ja schon teils abgebaut Ist Okay Da ist wieder so eine Ruhe In der Wand drinnen Nicht lieber ist Okay Da muss ich hier rüber Boah Verloren auf einem Platz Das ist aber gefährlich Darüber muss ich Ich muss da rüber Aber wie kommt man denn da rüber Oh 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 Die sind dann böse auf mich Bogen auspacken Lohn abknallen Feuer Lass mich in Ruhe Ich bin ein ganz lieber Junge Stopp Nein 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 Ich muss was essen Die sind überall Wenn man sich das so betrachtet Das ist überall Weg hier Hu Hu Ich muss mich erstmal hier ein bisschen Mich beruhigen Weil ich will da rüber Da ist eine Kiste Vielleicht gibt es da noch mehr Diamantos Aber man darf ja auch nicht Zu voreilig werden Oder zu schnell agieren Sonst stirbt man ja Das will man ja schließlich nicht Dann verliert man alles Einfach alles Da ist ein Magma Slime Den könnte ich noch besorgen Aber erstmal muss ich hier rüber Ich muss mal hier abchecken Wie man hier rüber kommt Eventuell Eventuell Ja da kommt man runter Oh hier Das Ding hier Zack Um hier so ein Treppchen zu bauen Nach oben Ach da sind Da ist ein Zaun Da baue ich Die gehe ich mir hier rüber Tra la 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 Ich baue mir hier so An der Seite So ein bisschen Sicherung Ich habe wohl Angst Hier runter zu fallen Da ist ein Magma Slime Sehr fein Magma Slimes Sind immer sehr schön Weil die geben Magma Cream Und aus Magma Cream Kann man denke ich So geile Sachen craften Ich denke diese Feuerbälle Die die Ähm Lohen schießen Oder so Kann man dann craften Aus dem Magma Cream Stirb Slime Komm Deine Kindchen Stürben auch Stirben ja Sterben auch Okay Das Schwert Geht jetzt wirklich Irgendwie vorschnell kaputt Ich muss bald upgraden Ich habe jetzt Dingens besorgt Ähm Kühe Aber auch ein bisschen Leder schon Okay Hier Kommt man doch irgendwie hin Aber ich weiß nicht wie genau Okay Da ist ein Pigment Und da ist die Kiste Die ich die ganze Zeit haben wollte Ja 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 Kiste Bäh Gar nichts Anscheinend war ich hier schon Oder so Oder die Kiste Bisschen war nur so kacke Ne ich denke hier war ich schon Doch doch Hier war ich schon Doch Kommt mir so vor Doch doch Hier war ich ja schon Ich denke ja Ich denke ja Hier war ich schon Echt 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 Ja 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 Da war ich auch Die Kiste habe ich auch schon abgesagt Boah Dann war ich ja hier schon Ja 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 hier war ich schon Ja okay Dann ist ja alles okay Dann ist ja alles okay Dann kann ich ja wieder zurück Weil hier gibt es nichts mehr Hallo Lu Stirb Lu So So tot bist du Da drüben war ich denke Schon in die Kiste Habe ich schon abgesagt Okay dann gehe ich mal hier raus Boah Lu Böse Skelett Böse Ich habe von hinten abgeknallt Ich habe von allen Seiten abgeknallt Hallo Skelett Job Skelett Lass mich mal was essen Kurz Ganz ganz kurz Boah Boah Okay Alles gechillt Alles gechillt